Wir sind heute beauftragt, beziehungsweise du bist beauftragt, dir einen Service zu machen und ich bin beauftragt, dir dabei schön auf die Nerven zu gehen. Auf jeden Fall ist es eine 1000km Inspektion, die nicht ganz so große, also die allererste sagen wir mal. Motorölwechsel, Getriebeölwechsel, Flüssigkeitskontrollen. Gut, dann fangen wir mal an und dann wollen wir hoffen, dass es klappt. Ich fange jetzt an, wir lassen sich erst mal das Motoröl ab, Motoröl, Ölfilter. So, das hier ist übrigens das Teil, was ich immer in meinem letzten Erklärvideo unterschlagen habe. Das ist nämlich das Getriebe. Könnte man vielleicht jetzt noch nachholen. Ja, erklär mal. Guck mal, Filme von unten drunter. Da siehst du ja den Primärvariator und den Sekundärvariator. Ja, genau. So wie du erklärt hast, der drückt zusammen, geht auseinander, der geht auseinander und der Wien geht rein aufs Getriebe, wo du Vorwärts-Rückwärts-Rückwärts-Gang wählen kannst und hier gehen halt die andere Flüssigkeitskontrollen dran. Ja, 14 Nuss brauchen wir, ins Urlaub zu lassen, bzw. 14 Nuss kommt noch ein bisschen schwer dran, man nimmt Moring-Schlüssel am besten. Das Getriebe ist noch ein bisschen im Weg, ne? Ja. Geht doch. Hand sauber geblieben. Gut, hier ist natürlich auch ne neue Dichtscheibe bei. Genau, für die Ölablassschraube. Ne neue. Ist auf jeden Fall mit bei, kann man ne neue reinnehmen. Sollte man auch jedes Mal tun. Ja. So, neue Scheibe ist drauf. Jetzt lassen wir den noch so ein bisschen abtropfen. Jetzt können wir gucken, dass wir den Ölfilter von unten dran kriegen. In der Regel geht das. Sieht anders. Aber wenn man jetzt ein bisschen dickere Arme hat oder was, dann kommt man auf jeden Fall von oben besser ran. Ach das. So, hat doch auf Andi funktioniert. Beim ersten Mal, ohne dass mir was aus der Hand gefallen ist, obwohl es ölig und schmierig ist. Das ist der Wahnsinnsmechaniker bist du. Sicher, ich soll draufhören. Gibt es eine feste Newtonmeterzahl? Kann ich nicht beantworten. Ich mache es einfach nach Gefühl. Nicht zu fest oder nach fest. Kommt ab. Ölfilterlöseriemen. Kommt. Das gibt es doch gar nicht. Das ist immer noch rumgefasst. Der hat sich aber recht. Was ist denn jetzt los? Der König hat sich beschwert. Unser Auto quietscht. Na und, was soll ich denn da machen? Ja, helfen. Hast du ein Antiquietschmittel? Das habe ich. Von der Quietscherei muss ich aber erstmal eine Hörprobe haben, gell? Ja, wie jetzt? Das Geräusch. Können Sie das mal imitieren? Mit dem Mond? Ja, mit was dann sonst? Natürlich, machen Sie mal, he? Jedenfalls so ungefähr. Ui, 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 das klingt nach dem Ami. Ich, ich guck, ich guck, ich guck. Nee, mehr so. Oh, jetzt habe ich, ei, 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 Blattfehler, würd ich sagen. Könnte ich das Geräusch noch einmal hören, bitte? Wie oft denn noch? Ich höre sie ja so gerne. Hehehehe. 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 Jetzt weiß ich genau. Oldsmobile Regency 98. Baujahr 75, warte se mal. Wellbase, wie wir Hessens sagen, 127. Ist recht, ey. Mal hab'n Glück. Da hab' ich noch ganz gleich durchsicht davon. Bitte. Jetzt kommt er. Jetzt hat er verloren. Da haben die den trocken eingesetzt. Das hört sich fast so an, ne? Ja. Also wenn man Ölfilter einbaut, immer das Gummi ein bisschen mit Öl benetzen, damit das hier nicht passiert. So, jetzt ist er lose. Jetzt hat er verloren. Und der Spray gehört. Jo. Eigentlich wollte ich ihn hochheben, aber... Dann haben wir den einmal in neu. So, jetzt zeig ich euch einmal, was der Alexander meinte. Nimm ein bisschen was von dem abgelassenen Öl. Man kann auch zur Not Neues nehmen, das ist egal. In der Regel steht auch überall drin, Altöl nehmen. Einschmieren. Und wieder reinschrauben. So, und dann ganz wichtig, Handfest reicht. Dann können wir das Öl wieder draufkippen, ne? Dann können wir das Öl wieder draufkippen, ne? Dann können wir das Öl wieder draufkippen, ne? Wie viel brauchen wir? Hm, ich meine, wenn ich mich nicht irre, sind es 1,8 Liter. Kann man ja mit Ölmessstab auch dann hinterher noch... Naja, ich mache 1,5 Liter rein und guckt dann nach und nach. Normalerweise würde man jetzt das Not nehmen, wir haben aber dasselbe Öl in 50 Liter fast bei uns im Lager. Nehmen wir das und lassen das zu für die Kunden. Ölablassschrauben habe ich drin, ne? Ja. Ölfilter ist auch drauf, ne? Ja. Rauslaufen kann nichts, ne? Eigentlich nicht, wenn du es richtig gemacht hast. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, ist schon, ich weiß nicht, ob man sieht, ist schon ganz minimal, ne, ist ja doch ganz minimal unter Max. Aber der Filter ist noch leer, ne? Das heißt, 1,8 Liter kann ich jetzt sagen, komm rein. Der Rest geht gleich noch in den Filter, wenn man den Motor laufen lässt. Genau, dann zeigt er zwar über Max an, aber sobald man den Motor laufen lässt, füllt sich der Ölfilter und Ölstand passt. Lass den immer so eine halbe Minute, lasse ich den Tuckern. Das sollte reichen, damit der Filter voll ist. Wie geht's weiter? Getriebe, Öl. Machen wir? Machen wir. Machen wir. Einfüllen tut man das hier oben über die Lampe. Hier ist eine Getriebeentlüftung dran. So, die Schraube dreht man draußen, da persönlich würde ich es einfüllen. Gut. Gut, muss man sich was bauen mit dem Schlauch rein und dem Trichter und reinlaufen lassen. Ja, wir lassen das Getriebeöl ab. Und wir lassen das jetzt in den Becher laufen, damit wir das Öl kontrollieren können. Genau, erstmal die Füllmenge und ob Späne drin sind. In der Regel ist die Schraube hier auch magnetisch und wenn Späne dran sind, ein Teil bleibt dann auch an der Schraube haften. Deswegen macht man den Getriebeölwechsel nach 1000 Kilometer. Genau. Ist was dran? Zeig mal hin. Ja, ein bisschen. Sieht ja ein bisschen schlutzig, ja. So, während wir hier noch warten, könnte man schon mal, weil ich sehe hier, hier könnte man... Das ist der Falthebel? Ja. Da könnte man zum Beispiel schon mal so ein bisschen fett dran machen. So, wir müssen mal gucken, wo man dran kommt. Und wenn man nicht dran kommt, dann kann man die Finger nehmen. So, reicht. Also hier haben wir ja praktisch drei Stellungen, ne? Einmal... Neutral, vorwärts, rückwärts, ja. Ein COMEX Getriebe, made in Italy. Und hier haben wir wahrscheinlich, das ist so der Geschwindigkeitssensor, ne? Das schwarze hier? Ja. Das ist der Tafogeber. Gut, auch da neue Dichtung drauf machen. Alu, auf jeden Fall eine Alu-Dichtung nehmen, keine Kupferdichtung. Auch nach Gefühl, nicht zu festziehen, sonst hat man sie ganz schnell rund. Was machen wir jetzt? Jetzt, würde ich sagen, kontrollieren wir erstmal Luft. Überall genug drauf ist. Gehört ja auch dazu, ne? Genau. Sollte aber der Fahrer auch regelmäßig machen. Ja klar. Also das reicht nicht, wenn man das nur bei der Infektion macht. 1000 Kilometer mag zwar gehen, aber 5000 Kilometer wird dann doch kriminell. So, in der Regel sollte, Moment, die Angabe in der Tür drauf stehen. Ja. Also, Eichsam schreibt vor, 1,6 bar bei 145, 70, 13 Reifen. Und 155, 60, 15, 55, 65, 14 und 165, 45, 16 auch. Was sagt das gute Stück? Das gute Stück sagt, 1,7 ist völlig in Ordnung. Kann ruhig 0,1 bar mehr drauf machen. Ist gut für den Spritverbrauch. Richtig. Nur sollen wir es nicht übertreiben, dann ist es wieder schlecht für den Reifen abrieben. Genau. Dann rollt er nur noch in der Mitte. Dann wundert man sich, dass in der Mitte der Reifen blank ist und außen noch volles Profil vorhanden. Da haben wir es nämlich. Ach, was hier ist. Ich weiß es nicht. So. So was werde ich natürlich immer hellhörig. Warum fehlt da plötzlich Luft? Gucke ich mir oberflächlich den Reifen an. Was drin steckt. Außer jetzt zum Beispiel ein Steinchen. Das ist völlig egal. Gut, ich sag dann immer, wenn man jetzt so rein optisch im ersten Blick nichts findet, dann auf jeden Fall beobachten. Und noch ein bisschen mehr drauf. Aber wir wollen es ja schon gleichmäßig haben. Ich habe die Luft abgelassen, damit du was zu tun hast. Schweinehund. Ja, wir müssen auch ein paar Fallen einbauen. Aber sowas kann passieren. Ja klar, das ist gut. Das ist gut. Ja, Reder kontrollieren wir auch. Macht man das nicht, wenn die auf dem Boden stehen? Ja, klar. Normalerweise Auto runterlassen, dass die Reder auf dem Boden stehen. Aber bei 70 Newtonmeter. Aber bei 70 Newtonmeter. Oh, Alex. Falle Nummer zwei? Ja. Hallo. Du Arsch. Jetzt laufen wir nochmal drum rum und machen einfach mal nochmal eine Sichtkontrolle von Bremsleitungen, Bremsschläuchen. Alles das, was sicherheitsrelevant ist. Aber das war gut. Das heißt, sicherheitsrelevant im Prinzip guckt man alles nach. Man guckt sich die Achsmanschetten nochmal an, ob die in Ordnung sind, die richtig sitzen, ob sie nicht richtig sind, die Manschetten von den Traggelenken und so weiter. Bremsleitungen, Bremsschläuche, einmal abknicken, ob sie poröse sind. Handbremssäbel? Ja. Da würde ich persönlich jetzt wieder so ein bisschen fett dran machen. Ja, dann machen wir das. Weil hier kann Wasser eintreten und fängt da einen zu scheiß an zu gammeln. Geht die Handbremse nachher nicht mehr, weiß der Geier. Nee, ist mir persönlich völlig egal, ob das jetzt auf den Inspektionszettel draufsteht oder nicht. Mir wird ein bisschen fett dran geschmiert. So, es kann noch nichts in die Bremstrommel reinlaufen, deswegen kann man ruhig normales Fett nehmen. Guckt man sich hier auch Bremsleitungen, Bremsschläuche an. Ob was undicht ist, ob was rostet, ob was gammelt. Dem ist in diesem Fall nicht so, weil, ihr seht, er ist noch nicht alt. Trotzdem wird geguckt, dann geht man einmal drunter her, guckt sich hier die ganzen Bremsleitungen an. Weil die rosten auch mal ganz gerne. Um das zu verhindern, mache ich sie höher und schmier da auch ein bisschen fett dran. An die Bremsleitungen selber? Ja. Einmal hier dran her und einmal nur ein bisschen was dünn hier drauf. Hier auch nochmal Bremsschläuche angucken, einmal abknicken, dann sieht man, ob sie früher sind. Sind sie nicht, sind neu. Wachsmanschetten angucken. Hier und hier. Gut. Das war's von unten. Jetzt Getriebe wieder drauf. Ja. Ja, man kommt ein bisschen bescheidener, aber es geht. Machbar ist alles, ne? Ja, wenn jetzt Winter wäre, würden wir das Getriebeöl nehmen, Stunde vorher oder anderthalb und würden es auf die Heizung stellen. Aber wir haben zum Glück Sommer. Aber ich glaube, es ist warm genug, oder? Ja. Ich denke doch. Das Getriebeöl ist drin. Du hast jetzt gerade das Ding wieder festgemacht, ne? Ja. Schrauben wieder rein. Die Getriebeentlüftung wieder nach oben legen. Einmal hier durch, dass er nicht im Weg ist. Einmal nach oben gelegt, fertig. Neun Kabelbinder drum. Dass er nicht weg kann. Und das war's schon. Kühlflächigkeitsstand prüfen. Da sieht man doch von außen ganz gut auch. Ja, aber man kann ja auch gucken, ob genug Glyphosat, wollte ich von sagen, Glysanthol drin ist. Weil sonst denkt man, ja, grün, okay, friert nicht ein, ne? Aber es ist bloß bis minus 5 Grad und auf einmal hast du minus 20. Und dann? Wo stehst du da? Freuen sich die Froststopfen über einen guten Flug. Wenn sie rausfliegen. So, was haben wir? Vorgabe sind, glaube ich, minus 20 Grad. Minus 22, minus 25, circa haben wir. Gut, weiter geht's. Überprüfung der Dichtigkeit des Kühlkreislaufs. Macht mal eine Sichtprüfung, ob irgendwo was rausläuft. Also unten haben wir ja schon nichts gesehen, ne? Unten haben wir schon nichts gesehen, hier sehen wir auch nichts. Aber kühler Anschluss oben kann man gucken. Die Leitung nachgehen Richtung Thermostat. Gucken, ob irgendwas ist. Schläuche in den Raun. Ist wie man sieht auch nix, auch alles in Ordnung. Und kühler Anschluss unten. Sau trocken. Weiter geht's. Als nächstes, Kontrolle der Dichtigkeit des Bremskreislaufes. Haben wir gemacht. Funktionskontrolle, Bremsen und Handbremse. Kann dir Alex mir vielleicht mal bei helfen? So, dann ziehen wir einen Tacken an. Einen Tacken hast du? Ja. Ernsthaft? Ja. Reicht schon aus. Nur mal, drück mal ganz leicht. Ist nicht zu viel. Ist zu viel. Ganz leicht nur. Ja. Kannst du es so halten? Ja. Und so kann ich gucken, ob es einigermaßen gleichmäßig läuft. Kannst du ganz minimal fester? Ja. Halten. Ja. So, reicht. Wir machen eine Bremsprobe auf dem Platz. Hände vom Lenkrad gerade ausfahren und lenken. Äh, und bremsen. Achso. Okay. Und der Fahrschatz drunter. Auto runterlassen. Vorne reinschieben. Stopfen drauf. Stopfen runterschmeißen. Stopfen runterschmeißen. Ganz wichtig. Auf den Boden gucken. Gucken, wo hingefallen ist. Aufheben. Reinstecken. Stopfen. Aufheben. Sieht man ja schon, jetzt macht man eine Bremskurve. Ende vom Lenker und keine Bewegung im Lenker. Du bremst alles rein und zieht auch nicht in der Links- oder Rechts-Grade aus. Gut. So. Bist fertig. Bin fertig. Wie? Habe ich dich genug genervt? Ja. Das ist gut. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen werden Träumchen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. In dem Sinne. In dem Sinne. IFTEN. Untertitelung des ZDF, 2020